Am ersten Arbeitstag war ich nervös. Ich habe keinen erkannt, aber meine Berührungsbildner hat meine Nervosität genut. Der Umstieg vor der Schule zum Schaffen ist schon groß gewesen. Ich musste früher aufstehen und nicht mehr so lange Ferien wie in der Schule. Wie ich gefällt, ist mir das früher aufstehen, weil in der Schule musste ich auch immer früher aufstehen, weil es halt weit entfernt ist und von KV bis bei mir daheim ist es nicht so weit. Ich habe einmal pro Woche Schule, das ist in der AGS Basel. Ich habe jeweils am Donnerstag Schule. Der Lehrer erklärt Sachen, die mir halt im Beruf wichtig sind. Das, was der Lehrer im Beruf sagt, kann man dann auch im Praktischen umsetzen. Man kann Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel das Verdrohte. Der Berufsbildner hilft mir, wenn ich Probleme habe. Sonst habe ich auch noch meine Praxisausbildner. Mein Liebeschef verdroht sich ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Lampe. Sonst habe ich nicht so eine Lieblingssorte. Mir gefällt es überall. Die Elektrowerkstatt ist gerade da, wo wir gerade sind. Wenn ich komme, sehe ich erstmal, ob ich einen digitalen Auftrag bekomme. Also ich muss zum Beispiel Sachen installieren, Kabel ziehen, Sachen verdrohten. Mich hat der Stund, dass alle Mitarbeiter die Kauswäge haben, dass wir Sachen drauf machen können, weil normalerweise die Leute halt nicht Sachen tragen, aber wir können es einfach mit ihnen machen und auf den Arbeitsplatz schieben. Wenn man Probleme beim Schaffen hat, muss man das Problem nicht unbedingt alleine lösen, sondern ich bin die Arbeitskollegen hinter mir und helfe mir. Das ist gut, dass wir heute hier etwas sein können. Ansonsten vous liebe